um wir kommen zurück freunde zu zu dem um und wir haben im letzten paar aufgehört Eva ist irgendwo hin verschwunden einfach und nachdem wir diese Sequenz gesehen haben dann wie River zusammen mit auf dem Jahrmarkt wo sie sich dann dieser komischen Stelle getroffen haben und ja machen wir einfach weiter Notiz Mond Ziel wo Johnny und River sich wieder treffen wollen falls sie einander aus den Augen verlieren ja das ist ja verständlich dass er dann zum Mond möchte weil er sie ist ja gestorben alles deine Schuld dementsprechend ist ja klar dass er das heißt klar als Kind kann man das natürlich sagen als Erwachsener sollte man natürlich wissen dass wenn jemand stirbt dass das nicht so einfach ist da unten geht es auf jeden Fall runter aber hier ist wieder Niklas und John ich tue das alles für dich du Computer generierter Bastard dem können wir nicht reden gehen wir runter wir sind auf jeden Fall wieder in der Schule drin aber es sieht irgendwie ein bisschen düsterer aus mittlerweile warum auch immer das so ist warum auch immer das so ist umdrehen umdrehen Neil ich weiß was du vor hast ich weiß dass du das weißt achja nun ich weiß dass du weißt dass ich weiß das ist hör mal unser Job ist es ihn zum Mond zu bringen und das wird nur dann passieren wenn Johnny motiviert ist dieses Ziel zu verfolgen aber wenn wir dafür River entfernen müssen was soll die Sache dann überhaupt noch er will überhaupt nur deshalb zum Mond weil sie gestorben ist ich weiß aber wir sind selbst dazu verpflichtet den Vertrag in diesem spezifischen scheiß doch auf den Vertrag ich habe den Job nicht angenommen um ihm die Lebensfreunde Freude zu nehmen Eva ich weiß ja nicht wie du das siehst aber ich mache das hier damit die alten Knacken mit einem Lächeln auf dem Gesicht sterben können ich hab gar nicht gedacht dass er gerade diese Ansichten vertritt ich doch auch und ich mag meinen Job aber wenn wir gegen unsere gesetzlichen Pflichten verstoßen wird man uns vor Gericht bringen das werden wir anfechten wir wissen dass Johnny glücklicher wird wenn er nicht zum Mond fliegt es gibt so viele alternative Lebens... was? so viele alternative Lebenstangenten in denen Johnny glücklicher wäre mir wir sind nicht hier um Gott zu spielen es ist unser Job um zu geben was er bestellt hat zufällig wissen wir aber besser was er will besser als er selbst verstehe doch ich riskiere River nur deswegen weil ich an sie glaube und was soll das heißen du riskierst sie du entfernst sie außerdem werde ich es wieder gut machen wieder gut machen wie denn? sonst läuft die Zeit davon vertrau mir einfach sagt die Frau die mich von dem beschissenen Leuchtturm geschubst hat ja aber er hat ja keinen Schaden genommen also eigentlich kann er ihr wirklich vertrauen verdammte Lichtverse mit deinen krummen Ton schallst du meinen Zugriff nicht vollständig ab Eva versteckte Fallen? wirklich Eva? ich versuche nur Zeit zu gewinnen danke dass du Bescheid sagst ich setze hier schnell durch das ist ziemlich teure Ausrüstung die du dir durch die Gegend wirbst ich meine jetzt ernst bleib einfach wo du bist und warte bis ich fertig bin ach du kannst mich mal boah wie nervig da kommt die ganze Zeit irgendwas geflogen sobald ich da drüber gehe ah jetzt ist der Weg ja aber jetzt sind da welche so jetzt der Weg ist immer noch nicht frei ok ich muss die einmal auslösen boah ist das nervig ok es reicht so hier einmal drauf damit der verschwindet da auch einmal drauf dann verschwindet der oh ging doch hier will ich jetzt nicht rein folgen wir ja einfach so schnell es geht damit das aufhört hör mal zwinge mich mich nicht dazu hier auszusteigen und den Stecker zu ziehen du würdest ernsthaft riskieren dass eine Erinnerung mit dem kaputten Zustand bleib bleib hör einfach auf bitte ich brauche nicht lange boah nicht schon wieder oder komm doch und hol mich ich bin am Ende des Flurs das meinst du ja noch nicht wirklich find ich sowas witzig Eva Prost der Gott das sind nur einfache Zombie Evas das sind Zombie Evas kein kein Schritt näher ich bin bewahrt W ASD auf der Tastatur um zu schießen wie geil ist das denn jetzt kann ich nicht nur fackeln sondern auch noch Zombies Puh sind diese Dinger also doch so etwas gut ach wie schießen die Pflanzen ach wie schießen die Pflanzen nein das war gar nicht gut die sind ziemlich nah an uns aber jetzt sind wir so los geworden ja natürlich das auch noch wie nervig das ist was hat die sich denn alles einfallen lassen Zombies Kugeln Stachelfallen das ist alles nur eine Schleife also mir ist auch schon aufgefallen dass sich das immer wiederholt oh scheiß drauf was zum gehen wir nochmal rein nein wir können nicht mehr schießen schade Eva was ist passiert Eva was macht John jetzt hier River was noch Milliarden von Leuchtturmen die festsitzen am anderen Ende des Himmels das ganze System das ganze System versinkt im Chaos Ach Eva was machst du nur es ist fertig River wir werden nie mehr allein sein ich ich will einfach nicht die alle anderen sein Nick wie fühlt es sich an wahrscheinlich nur die Verantwortung das sind halt jetzt die ganzen Johns auf einmal quasi und ja die sind jetzt alle hier ja war ja klar die Pferde müssen natürlich auch noch hier rein was ist denn auch noch da Javier spielend Hallo warte bleib hier ich bin Johnny und wie heißt du was hast du uns hier nur eingebrockt Eva super hör mal das ist lange her kein Datum keine Uhrzeit Johnny da hoch können wir nicht Hallo Neil Mopheos was dir ist Eva du Trotten kein Scheiß wir sind die Einzigen Eva was auch immer du gerade tust wir wissen vielleicht nicht was Johnny will alle wissen genau was er nicht will und genau das beschlossen du gerade herauf es ist bereits geschehen warum kommst du da nicht endlich raus was hat sie jetzt gemacht hier sind wir wieder da steht sie und jetzt bin ich gespannt was hast du mit dir gemacht entspann dich sie geht nur woanders hin weißt du es ist eine Sache meinen Zugriff zu blockieren und mich mit ein paar Oliven zu füttern aber das hier ist jenseits von gut und böse es tut mir leid aber das hier führt zu gar nichts wenn du weiter die Erinnerung wenn du weiter die Erinnerung zurücksetzt aber jetzt ist das der einzige Weg du musst mir vertrauen also bitte beruhige dich einfach und warte dann los jetzt auslösen wo willst du denn noch hin es gibt noch eine allerletzte Sache die ich erledigen muss die kleine Poserin es gibt doch gar keinen Grund ein Tor zu visualisieren was soll eigentlich dieses Melodraman hier warum kämpfst du so hart um das hier vergiss es wir haben keine Zeit das wird schon mal ne das wird schon mal dreh dich einfach um alles klar alles klar hey was machst du pst ähm hallo sorry Kleiner jetzt gibt es kein zurück mehr los jetzt sind alle sonst sind alle guten Tische besetzt sie sind alle gleich gut Mensch nein Joey hat recht an denen in der Nähe der Küche riecht es besser ganz genau man muss sich nur umdrehen um einen Oliven-Nachschlag zu kriegen da Oliven eigentlich hätte er hier ja auch River treffen müssen ihn zu retten rechtfertigt gar nichts eigentlich stimmt er lebt ja jetzt auch glaube ich also Joey der lebt er jetzt? war das hier vor oder nach? weiß ich grad gar nicht er kann sich immer noch einen Neue suchen hier aber seinen Bruder gibt es nur einmal jetzt komm wir stehen im Weg mit dem mit dem mit dem Untertitelung des ZDF, 2020 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 And everything's alright ... Ach ja, Leute. Wenn ich das richtig verstanden habe, hat er sie jetzt nie getroffen. Er hat's also wirklich geschafft, was? Du klingst überrascht. Was ist daraus? Wir machen jeden Kunden glücklich, denn wir sind einfach der Wahnsinn geworden. Das hier ist kein Erfolg. Ach komm, freu ich doch. Wir sind ja bei der Nase. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Lasst uns wenigstens ein bisschen herumschauen. Ja, Freunde, das war auch wieder ein etwas emotionalerer Part. Er ist jetzt bei der Nase, der gute John. Hat River aber nie kennengelernt. Ob das so der beste Plan ist, ich bezweifle es. Aber ich bin mir sicher, die Rosaline hat noch irgendwas Schönes in der Hinterhand. Ich glaub nicht, dass das jetzt einfach so endet. Ja gut. Sehen wir uns morgen wieder. Und... Es kann gut möglich sein, dass morgen der letzte Part ist. Diesmal glaubt ihr auch wirklich dran. Bis morgen und freut euch drauf. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.